Ich bin Tefja und ich erzähle euch heute eine Geschichte von Kurt Tucholsky. Ein Ehepaar erzählt einen Witz. Herr Panther, wir haben gestern einen so reizenden Witz gehört. Den müssen wir Ihnen, also den muss ich Ihnen erzählen. Mein Mann kannte ihn schon, aber er ist zu reizend. Also preisen Sie auf. Ein Mann. Walter, streu nicht den Tabak auf den Teppich da. Du streust ja den ganzen Tabak auf den Teppich. Also, ein Mann, nein, ein Wanderer, verirrt sich im Gebirge. Also er geht im Gebirge und verirrt sich in den Alpen. Hä, was, was? In den Dolomiten? Also nicht in den Alpen. Ist ja ganz egal. Aber er geht ja durch die Nacht und da sieht er ein Licht und er geht gerade auf das Licht zu. Lass mich doch erzählen, das gehört dazu. Er geht drauf zu und da ist eine Hütte. Da wohnen zwei Bauersleute drin. Ein Bauer und eine Bauersfrau. Der Bauer ist alt und sie ist jung und hübsch. Ja, sie ist jung. Die liegen schon im Bett? Nein, die liegen noch nicht im Bett. Meine Frau kann keine Witz erzählen. Lass mich mal. Du kannst nachher sagen, ob es richtig war. Also nun werde ich Ihnen das mal erzählen. Also, ein Mann wandert durch die Dolomiten und verirrt sich. Da kommt er. Du machst einen ganz verwirrt. So ist der Witz gar nicht. Der Witz ist ganz anders. In den Dolomiten, so ist das. In den Dolomiten. Und ein alter Bauer mit seiner Jugendfrau. Und die haben gar nichts mehr zu essen. Bis zum nächsten Markttag haben sie bloß noch einige Konservenbüchse mit Brinkfleisch. Und sie sparen sie sich auf. Und da kommt... Wieso? Das ist ganz richtig. Sei mal still. Da kommt in der Nacht ein Wandersmann. Also da klopft es an die Tür. Da steht ein Mann. Der hat sich verirrt und bittet im Nachtquartier. Nun haben die aber gar kein Quartier. Das heißt, sie haben nur ein Bett. Da schlafen sie zu zweit drin. Ah! Wie? Trude, das ist doch Unsinn. Das kann sehr nett sein. Na, ich könnte das nicht. Immer da einen, der im Schlaf strampelt. Also ich könnte das nicht. Sollst du ja auch gar nicht. Unterbrich mich nicht immer. Du sagst doch, das wäre nett. Ich finde das nicht nett. Also. Weiter. Weiter. Die Asche. Kannst du denn nicht den Aschenbecher nehmen? Also. Der Wanderer steht nur in der Hütte. Er trifft vor Regen. Und er möchte doch da schlafen. Und er sagt ihm, der Bauer, er kann ja in dem Bett schlafen. Mit der Frau. Nein, so war das nicht. Weil du erzählst es ganz falsch. Dazwischen. Zwischen ihm und der Frau. Also der Wanderer in der Mitte. Meinetwegen in der Mitte. Das ist doch ganz egal. Das ist nicht egal. Der ganze Witz beruht ja darauf. Der Witz beruht doch nicht darauf, wo der Mann schläft. Natürlich beruht er darauf. Wo soll denn Herr Panther den Witz verstehen? Lass mich mal. Ich werde ihn mal erzählen. Also der Mann schläft, verstehen Sie, zwischen dem Alpenbauer und seiner Frau. Und draußen gewittert es. Lass mich doch mal. Sie erzählt ihn ganz falsch. Es gewittert erst gar nicht. Sollen die schlafen friedlich ein. Nein, plötzlich wacht der Bauer auf und sagt zu seiner Frau. Trude, geh mal ans Telefon. Es klingelt. Nein, also das sagt er natürlich nicht. Der Bauer sagt zu seiner Frau. Hä, wer ist da? Wer ist am Telefon? Also, sag ihm, er soll später nochmal anrufen. Jetzt haben wir keine Zeit. Ja, nein, ja, häng ab, häng ab. Häng doch endlich ab. Hat er Ihnen den Witz schon zu Ende erzählt? Nein, noch nicht. Na, erzähl doch. Da sagt der Bauer, ich muss mal raus nach den Ziegen sehen. Mir ist so, als hätten sie sich losgemacht. Und dann haben wir morgen keine Milch. Ich will mal sehen, ob die Stalltür auch gut zugeschlossen ist. Walter, entschuldige, wenn ich unterbreche. Aber Paul sagt, nachher kann er nicht anrufen. Er ruft erst abends an. Gut, abends. Also, der Bauer, nehmen Sie doch noch ein bisschen Kaffee? Also, der Bauer geht raus und kaum ist er rausgegangen, da stupst die junge Frau. Ganz falsch, total falsch. Doch nicht das erste Mal. Er geht raus, aber sie stupft erst beim dritten Mal. Der Bauer geht nämlich dreimal raus. Das fand ich so furchtbar komisch. Lass mich mal. Also, der Bauer geht raus nach der Ziege sehen und die Ziege ist da und er kommt wieder rein. Falsch. Er bleibt ganz lange draußen. Inzwischen sagt die junge Frau zu dem Wanderer, gar nichts, sagt sie. Der Bauer kommt rein. Erst kommt er nicht rein. Also, der Bauer kommt rein und wie er eine Weile schläft, dann fährt er plötzlich aus dem Schlaf hoch und sagt, Ich muss doch noch mal nach der Ziege sehen und geht wieder raus. Du hast ganz vergessen zu erzählen, dass der Wanderer furchtbar Hunger hat. Ja, der Wanderer hat vorher beim Abendbrot gesagt, er hat so furchtbaren Hunger. Und da haben die gesagt, ein bisschen Käse wäre noch da. Und Milch. Ja, und Milch. Und es wäre auch noch etwas Fleischkonserve da. Aber die könnten sie ihm nicht geben, weil die eben bis zum nächsten Marktag reichen muss. Und dann sind sie zu Bett gegangen. Ja, und nun, wie nun der Bauer draußen ist, da stupst sie den, also da stupst die Frau den Wanderer in die Seite und sagt, Na, keine Spur, aber keine Spur, weiter, das ist doch falsch. Sie sagt doch nicht, na, natürlich sagt sie, na, was soll sie denn sagen? Sie sagt, jetzt wäre so eine Gelegenheit. Sie sagt im Gegenteil, na, und stupst den Wanderer in die Seite. Du verdirbst aber wirklich auch jeden Witz, Walter. Das ist großartig. Ich verderbe jeden Witz. Du verderbst jeden Witz. Ich verderbe doch nicht jeden Witz. Da sagt die Frau, jetzt lass mich mal den Witz erzählen. Du verkorkst ja die Pernte. Also jetzt mach mich nicht böse, Trude. Wenn ich einen Witz anfange, will ich ihn auch zu Ende bringen. Du hast ihn ja gar nicht angefangen. Ich habe ihn angefangen. Das ist ganz egal. Jedenfalls will ich die Geschichte zu Ende erzählen. Und du kannst keine Geschichten erzählen. Wenigstens nicht richtig. Und ich erzähle meine Geschichten eben nach meiner Art und nicht nach deiner. Und wenn es dir nicht passt, dann musst du eben nicht zuhören. Ich will auch gar nicht zuhören. Ich will sie zu Ende erzählen. Und zwar so, dass der Panther eine Genuss von der Geschichte hat. Wenn du vielleicht glaubst, dass es ein Genuss ist, dir zuzuhören. Trude! Nun sagen sie, Herr Panther, ist das auszuhalten? Und so nervös ist er schon die ganze Woche. Ich habe... Du bist deine Unbeherrschtheit. Gleich wird sie sagen Komplexe. Deine Mutter nennt das einfach Schlechterziehung. Meine Kinderstube? Wer hat denn die Sache beim Anwalt rückgängig gemacht? Wer denn? Ich vielleicht. Du! Du hast gebeten, dass die Scheidung nicht... Lüge! Bumm! Türgeknall rechts. Bumm! Türgeknall links. Jetzt sitze ich da. Mit dem halben Witz. Was hat der Mann zu einer jungen Bauersfrau gesagt? Das war die Geschichte von Kurt Tucholzki. Liebe Grüße, Defia. Du hast du nie gucktet. Vielen Dank.